Mein Europa beginnt ganz klein in meinem Kopf, wenn ich andere Gedanken zulasse, wenn ich anderen zuhöre und ihre neuen Ideen durchdenke. Es beginnt, wenn ich mir die Andersartigkeit der anderen und der ganz anderen anschaue und nicht wegschaue. Wenn ich dann noch meinen eigenen Standpunkt habe und ihn vertrete, dann beginnt Europa. Dann wird es ernst mit dem europäischen Gedanken. Es geht darum, dass wir wirklich teilen lernen. Nicht nur die Währung oder bei der Finanzpolitik, auch in der Bildung der Kultur und dem Glauben. Dann wird aus der heutigen Währungsunion eine echte Gemeinschaft, in der jeder seine Ideen von der Welt einbringen kann. In der jeder friedlich glauben kann, was er will und dennoch zu einem Europa mit seinen christlichen Wurzeln dazugehört. Vielleicht werden die Religionen und Konfessionen dann nicht mehr nebeneinander herfeiern und beten, sondern miteinander, jeder auf seine Art und Weise. Europa als ein Modellfall für die Welt, wo alle Teilen zusammen feiern und beten. Eine Welt, in der die Religionen nicht trennen. Eine Welt, von der Europa ein Teil ist, nicht abgeschottet vom Süden, sondern offen für Flüchtlinge und hilfreich in den notleidenden Regionen. Und auf einmal wird mein Europa ganz weit, weltweit. Aber bis dahin müssen wir zuerst einmal den ersten Schritt tun, auf den fremden Nachbarn zu. Damit fängt für mich Europa an, ganz klein, bei mir im Kopf. Und nicht erst bei der Wahl zum neuen Parlament. Und nicht erst bei der Wahl zum neuen Parlament.